Als erstes bohren wir in dieses runde Stahlstück die Bohrung, die später auf dem Konus des Triebes aufsitzt. Jetzt haben wir ein Loch gebohrt. So. 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 Jetzt drehe ich erstmal ab auf 4,45. So. 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 mir die Tiefe an, die ich benötige, denn wenn die Reibahle eingeführt ist, dann ist dieser Anschlag am Messingrohr dafür da, um das tiefere Eindringen zu verhindern. Dieser kleine Konus muss in dieses Loch hinein, so. Das hat schon aufgerieben, weil der jetzt schon eindringt. Und wir sehen, schon zur Hälfte drin. Jetzt haben wir also die Sache soweit aufgerieben. Wir sehen, einwandfreier Rundlauf. Soll der Fräse. Dafür setzen wir jetzt den Hälzupport auf. Den Hälzupport auf. Soll das. Fast genau. Man sieht hier in der Mitte das eingesetzte Messingfutter. Und dieses Futter wiederum wird einen Deckstein aufnehmen. Und auf diesem Deckstein dreht sich die Unruhe innerhalb des Drehgestells. Und das. Jetzt. Einmal. Zweimal. Und zweimal. Eine kleine Messingbuchse. Hier ist jetzt die Messingbox eingelegt und mit einem Bohrer kann ich nun diese Bohrung ebenso zentrieren. ...in das Öl getaucht, sobald es die Glühfarbe erreicht hat. Das war's. Und zuletzt ins Blaue, dass das Metallstück schön dunkelblau ist. Nach den Maßen müsste ich... So, jetzt habe ich 0,5 abgedreht. Jetzt wird erst wieder mal probiert. Ob alles noch passt. Und jetzt wollen wir's sehen. EIN! ... 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